Fradagami-Schnittchen Trash Night mit allen von Pete's Meat Yeah! Und mit dem Bram und wir spielen Tanki X Ich hab hier auf Play, Invite My People Nein, du musst doch erst den Panzer noch ausrüsten haben Nein, erst wird gezockt Ich konnte den nicht ausrüsten Nein, ich kauf mir direkt die Shotgun Ich kauf mir die Shotgun Wie kannst du mich denn einladen? Tag, Shotgun So bin ich jetzt mit so ganz komischen Leuten hier in so einem Runde Ich bin mit ganz vielen Leuten in der Gruppe Aber ich weiß nicht, ob ich mit euch in der Gruppe bin Ja, aber du bist ja nicht bei Das seh ich euch denn nicht Ja, ich auch nicht Ich bin jetzt hier so Alex 0501 Ja, genau, den hab ich auch Ja, den hab ich auch Ja, klar Na Leute, man muss oben rechts auswählen für wen man spielt, oder? Ja, aber geht nicht Das ist gut, kann ich nicht Voll Ja, wir gehen raus Alle zurück Aber ich bin schon im fucking Game with the Battle, yes Okay Play Invite Alle Inviten Bram hat Invited Okay, schnell auf irgendwas klicken Entlädt Worauf muss ich denn klicken? Da Da lädt noch Er zählt nicht genug Platz Es gibt nicht genug Platz Ja, wann suchst du denn das für die Scheiße raus, Bram? Alter, gib nur den Play Button Ich bin wieder im Hauptmenü Du kannst nichts auswählen, Jay, außer Play zu drücken Ja, ist ja okay Ich glaub dir ja Äh, Leave Battle Okay Good, next try Ich drücke Play Invite euch so schnell wie ich kann Wow Jetzt start das Spiel einfach, weil der Raum voll war Leave the Battle, yes Können wir dich lassen, in eine Gruppe oder so geht nicht, ne? Ne, ich kann euch hier nicht einladen, schon Ich kann euch nur unfrienden Na, das ist doof Ist ja auch schon nicht so schlecht Na gut, dass man eine Freundesliste hat dann Ja, so, Play Ey, da ist ein Raum nur mit drei Leuten noch, die Freunde Ja, dann geh Play Ja, da sind nur zwei Leute noch frei Play Ja, da sind nur zwei Leute noch frei Ich mach jetzt so lange Play, bis ich in den Raum zugeordnet werde, wo mindestens halt vier Slots noch frei sind Macht voll Sinn, ne? Äh, ja Alter, geil, ich kann Pack Opening machen Du hast einmal sechs Leute frei Ja Dann lad ein Äh, wo mach ich das denn da? Ich kann nur Bram einladen, der muss dann den Rest einladen Ja, Bram, über die Freundesliste kannst du hinterher, äh, joinen Aber, der hatte, das war doch nur sechs Mannsteuer Der hat nur vier Leute Ach, das ist nochmal sechs Mannsteuer, das ist natürlich doof Ich dachte, acht Mannsteuer wie alle anderen Ey Okay, Container Kann ich mal Container kaufen? Container ist zu teuer Okay, schade Klar kannst du Container kaufen, sogar zwei Nee, ich hab schon, ich hab schon, du kannst dir auch direkt, ähm, neuen Aufsatz kaufen Das ist natürlich dumm Jetzt schnell, fünf Slots frei Hey, schnell Play for Frontier Ich bin drin Battle Ich bin drin Bin drin Ich fahr mit meinem Panzer rum Juhuuu Okay Oh, das hat doch schnell geladen Ich bin schon direkt geschossen hier Und www.pizmeet.de Ist das bei euch auch am Ruckeln? Nee Du muss auf, äh, kann es sein, dass es auf 4k bei dir steht Bei mir hat er am Anfang direkt auf 4k auf Ja, bei mir stand es auch am Anfang auf 4k Ja Musste ich erstmal ändern Wie ziel ich denn richtig? Alter, wieso brett denn hier alles? Der zielt glaub ich automatisch, oder? Ja, irgendwie schon Alter, ich fahr hier die ganze Zeit irgendwo rum Und hier ist lieber Oh, läd nach Da stehen 4 Panzer auf einem Fleck Hä? Wie bin ich jetzt gestorben? Von wo? Christian mit Ah, Christian mit Double Kill Triple Kill Boah, Jay geht ab Ich bin down Ich bin auf der Seite gelandet Einer fällt da gerade runter Da, Boots Wieso kann man denn nicht manuell zielen? Oder haben wir das wieder voll im Marktes Damit man das mit dem Handy schicken kann Oder haben wir das wieder übersehen, dass man das in der Einstellung machen kann Aber Man kann nicht die Einstellung checken Nein, du kannst nur liegen Oh, Alter Nein, Christian mit Nein, Christian mit Wer blockiert mich denn ab? Jetzt ist das Weganadelöhr Oh, der frießt mich Ja Ich bin auch Specialippelz Irgendwie Nee, du kannst, du kannst halt, äh Die andere Aufsätze kaufen Und sowas Das ist dann Der eine ist gerade unsichtbar geworden Ich mach da jetzt Sneaky hier So, hier sind ganz viele Items, die man einsammeln kann Die aber alle nix bringen, wenn man die nicht einsammeln kann Ja Da kommt Deutscher Stahl Den hab ich Pils mit D www.pilsmit.de ist besser als Zapfwirbel Ja Ich mach jetzt von hinten Scheiße, der kommt von links Oh, was? Wer hat mich denn da weggemacht? Ich mach die Kackbratze Ja, ich hab Zapf gekillt Zapf gibbet nicht Alter, hier hat einer so'n Spray, Junge Da ist hinter mir einer Pils mit D BAM Nein Erstmal schnell weggemacht Ich bin so dumm, ey Ethik aufm Kopf Und jetzt? Die Steuerung ist ja mal der oberste Kack Alter, was war das denn? Safety Structure in vier Sekunden Delete, delete, delete Automatisch für dich, ne Das ist ja mega Premium Du fährst einfach nur da rein Und Fram Safety Structure in Momentan Du geh Echt lange aufm Kopf Versuchen wir nochmal hier rum Was ist das denn? Jawoll, weg die Sau Da ist Bram Da ist Pils mit D Schon wieder Da ist Bram Ja, für Bram reicht den wieder Bram, den haben wir Für Bram reicht die Kackbratze Du musst gleich erstmal in der Garage was ändern, ey Oh, ich brenn Kackbratze Ey, starte immer am selben Punkt Double Kill Sicher starte immer am selben Punkt Das ist Pils mit D Das war eine Spawn-Aware, ne Für Bram mach ich wieder Irgendwie ist das beim Rückwärtsfahren Ist das vertauscht, finde ich Ja, da kackbratze Ja, komischerweise, ne Kann sein, dass der das für dich invertiert Vernünftig Also das ist dann direkt Vernünftig Ja, vernünftig würde ich jetzt nicht sagen Kackbratze 88 Kannst du mal vernünftig fahren? Kackbratze Haa Da kommt die ganze Zeit einer mit Meistrahl Was ist denn da los? Ja, auf jeden Fall, ey So, ab nach Polen Ab nach Polen Ab nach Polen Ja, ist Pils mit D So, gleich Polen offen Jetzt ist Polen offen Sie haben damit gerechnet Oh nein, da ist ein Laserbeam Der eine hat ein Laserbeam Wer voll weggefängt Double Kill So, Kackbratze weg Pizza mit T Welkom Double Kill, Alter Jawoll Yes Wieso bin ich direkt verbrannt, Leute? Wieso bin ich direkt verbrannt? Wieso bin ich direkt verbrannt? Ficken, ficken Oh, ich werd gefreased Hat der irgendwie unten auch in den Slots irgendwas drinstehen? Nein Äh, nein Vielleicht muss man dann freischalten oder was? Alter, ich häng an einem drin Also diese Steuerung, dass die rückwärts fahren interveniert ist, ist ja scheiße Alter, drückt mal Q Q? Mit rückhaltend Nein Du bist ja gar nichts Ach, da kommt die Taktik an sich, meinst du? Ja, bei mir ändert dann die Kameraperspektive total Ja, der fliegt dann hoch Mit Ehe kannst du's wieder ändern Hahahaha Wieder den Zaffirbeweg-Effekt Die Kackbratze, das gibt doch nicht Ey, hier ist einer am Spawncappen Pinspeed, fahr mal aus Kurz 2 schießen Döööööööööööö MONOH! Moi, wo kommt ihr her? Solltest du noch mal �очно Ich hab' n�schuah Wo kommt der denn hier her? Triple K Kann ich den jetzt hier rückstellen, Peter? Ja, man muss das hier einen voll Drag Mit E So, den hab ich Zack, ich werd geheilt, jawohl, ich hab'm Level ab Aber ne, geboost Ja krass, oh, ich bin tot Ja, Chris Schade, you achieved the rank recruit Oh, die Kiste hol ich mir Nein, brah Was ist denn das hier? Mal da Machio Hui Chris hier Oh, ich hab die Speed Ja, das Oioioi Das ist halt einfach ein unfassbares Fick-Game, was wir hier spielen Ja, das ist echt so spannend wie Ultraspondent Robin Nein Nein Ach, jetzt haben wir wieder so Warst der what? Ich hab dich fast wieder gefickt Das ist echt ein bisschen schade Das ist mega nice, das Game Ich frage mich bei solchen Spielen aber, warum spielen das die anderen Leute? Also die nehmen ja nicht gerade Trash Night auf Vielleicht nehmen die alle gerade Trash Night auf Und vor allem in der Lobby vorher waren es ja auch ganz viele, die da waren Oh, ich bliege auf dem Dach 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 Fram das, Fram das, Fram das, Fram Jaaaa Voll geil, wie sich Jack Mega einen abhobeln auf das Spiel Voll geil Nein, ich hobel nur immer einen drauf ab, dass ich dich töte Angriff Bombs, jawohl, den haben wir gemacht Kameraden zu den Jetzt fick dich doch Doch, 8 Kackbratze, 88 Rechst du da? Warb double kill Nein, da wurde ich weggemacht Alter Ich kann den einfach nicht anvisieren, weil mein automatisches Anvisieren nicht funktioniert Alter, was für eine Explosion hier gerade Booms Erstmal hat Christian weggemacht Ja, der fehlt Aber ich brenne Ja, das ist leider leider zu viel Kann das Spiel dann noch was anderes als 2 Team Deathmatch? Alter, das Spiel heißt 10 Kicks und ich Call of Duty Oh, Christian Ach, komm Uh, das ist Bram Ja, für Bram reicht es wieder Komm Komm Alter, wie viel Schluck Ich hab'n Level Up Ich hab'n Level Up Ich hab'n Level Up Ich bin eingefroren, Peter Ich hab'n Level Up Ich weiß schon, ey, Battle for One weiß ich schon, Brams Spiel, ey Fick ich weg Fick ich weg Guck hier, wie ich sie alle mache Juuu Ja, wir sind nur noch einen Punkt hinten Das waren mal 20 oder so Alles klar Oh no Der deutsche Stahl muss zerstören Ey, dann hab'n mich einfach plantiert Ne, Peter hab'n mich einfach plantiert Nein Endlich Wie lange ich da rumgechillt hab Das ist ein geiles Game, ey Das ist der deutsche Stahl ja schon wieder Oh, deutscher Stahl Rollen vorne 3, 2, 1, nicht sterben Nein Oh, jetzt haben die echt mit einem Punkt gewonnen Alter, das ist voll ausgeglichen Mit einem Punkt Ja, wollen wir mit einem Punkt gewonnen Krass, Bram, ey Wir waren richtig gut Alle haben 15 Kills Geil Ich war wenigst positiv hier in meinem Team So, continue Nice Hier und da krieg ich euch die Diamante Wir waren alle positiv Ich bin auch positiv, hallo Ich bin auch positiv, hallo Wann ist denn Kill? 65, 31 Ich find'n Scheiße 4,14, wie dumm kann man denn sein Alter, Max, nur 8,21 Ja, ich mach's grad mal so'n Container auf Wie kann man so dumm sein? Wie kann man denn nur so hirntot sein? 18,16 Bram und Zepf waren auch nicht besser Alter, wie viel Dinger wir gekriegt haben, ey Upgrade available hier Ich kauf grad Kisten Geil Krass, ey Erstmal was kannst du in den Kisten kriegen? Ja, Garage, weiß ich nicht Upgrade available Okay, ich kauf auch mal eine Kiste hier Zack, eine Kiste Kann ich mir jetzt auch mal in der Garage? Ne, direkt da, wo du die kaufst auch Echt? Echt? Warum? Ah Was für die Scheiße Wie mach man denn auf? Wie mach ich denn da auf? Was für tausend verschiedene Kisten das gibt, ey Change Tag Unten rechts steht doch Open Oder nicht? Open All Steht da Change Turret Ja, drück doch auf Open All Oh, Laser, Field Generator, Quantum, Nanobots Nanobots Kannst die einmalig dann einsetzen, oder? Was ist denn jetzt für ne Scheiße? Das sind glaub ich die Fähigkeiten, die Peter vorhin meinte, die unten standen Ja, aber ich hab nicht verstanden, wie das geht Also ich find dieses ganze Menü total unübersichtlich Ja, das ist mega unübersichtlich Ammunation Red Pain, Graffiti 125 von den Rubinen, also von den roten Edelsteinen kosten 1 Euro Nämlich im Sonderangebot heute Das kostet die 1,90 So, ich hab jetzt ne neue Waffe Ich hab auch ne neue Waffe Du hast du ne neue Waffe Ich hab auch schon ne neue Waffe Ne, ich bin aber auf Garage und hab mir ne gekauft Change Turret Genau Dann hab ich unten eine gewählt und hab mir die gekauft Alter Finish a battle Claim Reward Habt ihr denn Skins in euren Container gehabt? Ne, ne Ich glaub ich nämlich nicht Aber da waren die irgendwelche Fähigkeiten Da Hull Unter Hull kannst du irgendwelche Module haben Change Modules Ja Weiß ich aber nicht wie das geht Geht das unter Wenn ich Äh Ah da Recharging Da kannst du reinpacken Wir haben jetzt Target Focus Äh Ja das hab ich auch Hat das nicht jeder? Ist das Auto-Aim quasi? Ne ich kann jetzt Recharge Ich kann jetzt Recharging anklicken Und dann kann ich das mir rein basteln Äh Was mich heilt Craft Okay Kann man das denn danach aussuchen überhaupt? Also wie kann man das aktivieren während des Mach mir mal Invisibility Ich glaub das ist ein Buff einfach nur Ne das muss man schon irgendwie aktivieren Ne equip Da da ich hab's equipt Jawohl Wie hast du das gemacht? Ich hab mir das erstmal gebastelt Und dann wenn's fertig ist klickst du nochmal drauf und dann kannst du Equip drücken Das hat geklappt Jetzt hab ich 3% Damage-Bonus Not enough resources to equip Okay Equip oder to craft? Also ich hab erst gecrafted und dann equipt Scheiße Hab ich jetzt gerade dieses Ding auseinander genommen Oh das wär doof Ach Gott jetzt hab ich sick Komm noch ein Spiel weiter Ja komm play Junge was ist das hier? Schneide rein In einer riesen Lobby bin ich gerade Oh holy shit Kungur DM bin ich Klicken wir auf play Spielen wir mal direkt mit Ja hab auf play geklickt Ja auf play Was ist das denn? Boah ist bestimmt so ne survival Kannst Graffiti sprayen mit T Boah nice Kenn ich ja irgendwoher Muss die Graffitis äh Oh ja Tankie Was ist das denn für ein Battlefield jetzt Da sind die Panzer rot Oh jetzt werden die nicht mehr automatisch angezoomt Jawohl Ich bin in die Welt gebackt Ah nice Peter Na gut Peter Na gut Peter Wie komm ich hier raus? Oh dein ist Floppy Alter wie bin ich denn jetzt noch gestorben? Ah du musst mich selbst destructen mit äh mit Escape Boah ey die Spannung ist hier immens ey Alter Der hat einen Typ da Ich glaub der Sosa Grom Der hat richtig fett schon equippt Der war mein Kill ne? Der war mein Kill ne? Der war mein Kill ne? Der war für dich? Ja Ich glaub das Spiel gerade Deathmatch Ich glaube das ist free Ah Boah leg mich am Arsch Da ist hier Player Unknowns Da kommt ne Kiste runter Ja Battlegrounds Das ist schon besser als Player als Unknown Was kann ich denn jetzt? Wie kann ich denn die Fähigkeit einsetzen? Auf eins? Oh ja! Und dann hab ich cooldown zwei Minuten Ich will Richtig Brahm Ernsthaft? Oh Gott! Ich fiel Er ist mich tot Okay Er hat 3 Kill Ja aber das ist halt voll krass wie wenig Schaden das gemacht hat Jey getötet Unstoppable Weil du sonst halt irgendwie zwei, drei Schüsse aushält oder so Oh da sind zwei von diesen Spackos 2 Kill Alter was passiert denn gerade? Mega krass Double Kill Dieser Geierkuss, Alter der hat schon richtig krasses Geschwitz Triple Kill Also ich glaube von Anfang an kannst du dir sechs verschiedene Dinger kaufen Triple Kill Alter wenn der mich einmal trifft bin ich Half-Life Äh hab ich aber auch Lol der eine hat so ein riesen Tank What? Der war groß Alles klar Wenn der Typ mich einmal trifft bin ich fast tot Instant Oh Ultra Kill Boom 5 Tank Killstreak Junge Oh Peter ist ein krasser Dude ey Fuck you Scheiße Da wurde ich noch weg gemacht Oh jetzt hat der mir den Kill hier geklaut Was ist das denn? Flammenwerferaufsatz Der stinkt doch einfach nach Magi Wie sammelt man eigentlich diese komischen Items ein? Da fahre ich immer nur durch Äh ne die müssen mit der Kiste kommen Oh Bams den habe ich Oh wer ist das denn da hinten? Franz Warum? Warum? Der stirbt gar nicht der Panzer der hier vor mir steht Warum? Der stirbt gar nicht der Panzer der hier vor mir steht Jawohl Double Kill Was ist das da? Wenn ich diese Sachen drüberfahre wie nehm ich die dann auf? Da muss die Kisten frei Da muss das Bohren immer Kisten alle paar Minuten Ich war einfach zu sehr in der Zone Oh Dennis ist da oben Jay Ja aber du reist auch Oh oh Jawohl What? Triple Kill Als ob Ja Jay ich heil mich jetzt erstmal Zack und voll Quatsch Das ist Bramann Oh da ist Jay direkt wieder Oh den einen habe ich daneben gesetzt Nooo Da komme ich nicht gegen Jan Jawohl Ah Jay du Mistkröde 9-4 Das Spiel ist ganz geil Boah ey man fühlt sich ja so richtig richtig stark weißt du wenn du einfach die Einzeit abgeschossen wärst Kack bra Schade Kack bra Ich finde es relativ stark dass du bei diesem Spiel überhaupt über Emotionen verfügst Ja das ist mega krass Äh eigentlich nur wenn ich Bram treffe weil das Spiel ist gerade kacke weil ich Bram noch nicht einmal getroffen habe Spielt du überhaupt noch mit? Ja Bram Heilt immer mich Ja was mach ich denn wenn ich in so einen Graben gefallen bin aus dem ich nicht mehr rauskomme Ja Delete 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 Wir fahren nach Delete Oh da ist Jay wieder Aber ich spawn auch heute immer an der gleichen Stelle oder zumindest ähnlich Nee Auf der Karte nicht mehr Oh fuck Oh hier ist so ein Typ der die ganze Zeit darauf wartet und Leute hier spawnen Spawn Camper? Da es so was hier gibt ey Oh nooo Christian Das ist Bram Den Dennis hat mich abgeschnitten Doch Christian Das ist Bram Das ist Bram Ja jetzt snack mich doch ab Bbbpizmit.de ich krieg dich Fick dich Jawoll Mann ich wollte Bram töten Oh nein ich häng fest Schieeees Dann kam direkt Christian an Was heißt denn da die 90 von 120 Oh da bin ich doch gestorben Jawoll Nein Peter warte mal ganz kurz Uhuhuhuhui Der Eisner verfolgt dich Jürgen So ein Kackspiel Boah Das ist ein Spiel mit echten Emotionen hier Ja Echten Emotionen Ich fühl mich so leer Oh Ich habe einen Flammenwerfer Ich Wer hat mir denn Dinkel geklaut hier Weißt du immer kommt einer an und snackt dich dann halt einfach weg Wenn du schon einen dann besiegt hast Kommt immer irgendwo so ein anderer von irgendwo Ohhhh Ich finde das Spiel sau fett Ja Bestes Spiel EU West Das ist schon krass Das ist auch sehr taktisch vor allem Ja Ja Ich bin halt an dem Spiel kühlen jetzt bei anderen Spielen Die COD damit ich eigentlich einfach drauf brennt Nein 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 Oh 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 Holy shit Oh Komm Komm Wer will mir denn das an den Rudel Yes Jawohl Abgesnackt Nein Nein Das ist das erste Mal dass ich sonst wo gespawnt bin Da ist ein mega Go-Rack-Dack vor mir Ja Piss dich mit deinem Eis Bleib stehen Humongo Der hat mich eingefreeßt Christian hat mir den Eiskack geklaut Ach komm Tut mir leid Oh Christian ist Invincible oder was? Du leuchtest so rot Ne Der war mir nur feier Ich leuchte rot deswegen bin ich unsichtbar Nein Invincible nicht im Sohn Achso Ne Unverwundbar geht nicht Welche roten leuchten brenn ich Ah Das hatte so einen coolen Effekt Ich dachte das wäre irgendwas geiles Coolen Effekt Ah echt jetzt Ja besser denn als was Ja besser denn als was Achja Coolen Effekt Warten Scheißspiel Die sind aber schon krass hier Die Effekte Oder Vince Die sind ja alle am Spawn-Kämpfen Die ganzen so G's Fuck Hörte böse Enten jetzt hier für mich Ich geh drauf Oh no Ah Peter ich komm nochmal wieder Wie lange geht das noch? Das geht noch vier Minuten Ernsthaft Echt noch so lange 120 von 200? Da mir steht 180 von 200 Keine Ahnung 130 von 200 Abschnacken Abschnacken Könntest du das denn bedeuten Ich meine das linke ist Kann ich was sagen Wow Kill Kill Das Spiel ist ganz schön möse Also das hat so ein Zwischenheitsspiel ne? Würde ich jetzt mal frech behaupten Du hast halt ausgesucht Sepp ey Du bist halt schuld Ach ich hab das halt ausgesucht Hast du auch Wieso tötet mich der Eisner Der ist vorgeschlagen Du hast halt ausgesucht Du bist das schuld Dann verrede ich jetzt die Woche nicht mehr mit dir Stirb schon Das gibts nicht Ich hab richtig hart abgesnackt bei dir Sepp Der muss sich voll ärgern da drüber Boah du blöder Pennerpeda Und wo werde ich denn jetzt die Beschoße Von hinten Da kommt der Abschnacker Ja ich hab ihn abgesnackt Und jetzt snack ich die nächsten ab Und den nächsten Jawohl Bram Ich heil mich einfach Du kannst mir gar nichts Das ist du Jawohl Alle drei gemacht Ha 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 Der hat irgendwie die viel bessere Kanone Ich glaub das spiel Ich bin schon wieder in den Graben reingefallen Ha 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 Au Ich würd gern sprinten Wenn ich mit dem Flammenwerfer jemanden hinterher fährst Hast du echt verloren Wieso das denn? Ich hab dich eben nicht machen können Wir haben gleichzeitig aufeinander geschossen Du hast das nicht Ja aber die Distanz ist halt so riesig Dass der andere auf dich schießen kann Aber du nicht Oh nein Nein hat nicht geklappt Oh no Da hab ich nochmal abschnackt Yes Okay war ungleicher Kampf Trotzdem Bram getötet Die mit ihrem scheiß Kälte-Ding ey Das ist doch sch... Kälte-Ding kann gar nichts Kacke Wieso fahren eigentlich andere Panzer schneller als ich? Das ist doch gemein Vielleicht haben die schon für Geld was gekauft Bestimmt komplettes Pay to win dieses Spiel Wieso treffe ich die denn nicht? Boah wie ich den outplayed habe Ich bin doch gestorben Ah Bram ey Oh nein mir ist einer gespawnt Bin ich gestorben? Ja ich bin gestorben aber den gegen den ich gekämpft habe Ohhhhh Das ist doch okay Kacke ey Indem ich einfach im Kreis gefahren bin Und war zu viel für den Wäre voll cool wenn ich inzwischen durch den Zug hier lang fahren würde Der einfach die Panzer wegrotzt Das wäre echt witzig Haha der eine ist auch wieder in den Graben gefallen Wie geil Ich bin wirklich geschossen Ah guck mal auf die Distanz macht selbst zum Beispiel gar keinen Schaden Ne Ich bin auch in den Graben gefallen Ach kacke Ey selbst ist gerade erster Ich bin auch voll der krasse Panzer Ich bin deutscher Stahl Ich bin deutscher Stahl Das ist Brammen Ja Ich bin schon wieder in den Graben gefallen Haha Was fliegt der Arsch hier Man kann sein Setting aber nie ändern während man dabei ist Das ist voll scheiße Ne Dein Setting? Ja weil ich halt eine kleine weg von dem Flammenwerfer würde Damit ich mal Leute auf 6 Meter Distanz Alter das ist direkt vor mir Alter ich hab nur noch ein Viertel Was ist das denn? Wie viel Schaden hast du gerade gemacht? Ja ein krasser Dude So den haben wir Der Pink Panther Äh Panzer Macht sich ja platt Panzer hier Oh nooo Die Kackpratze Boah ein unschwerbestes Spiel EU-West Warte da wäre ich irgendwie mehr Schaden wenn man von hinten drauf schießt oder so Glaub ich schon Ich will den gar nicht dass ich auf den schieße hier Ich glaube so was trickiges hat der nicht Nein Achso nein Achso nein Vor allem hier ist ein Geeker gespawnt Wenn ich gerade einen gebattelt habe Also manche Waffen sind auf jeden Fall stärker als andere Super cool Der hätte ich schon wieder hingehauen Oh Jet ihn abgesnackt Du hast den fast abgesnackt meint's wohl eher Oh Jet daneben geschossen Jawohl Jet wird weggeburnt Jawohl Ja sicher man ey Schön gemacht Dennis Dankeschön Ah schade hat Dennis mich noch gemacht Hahaha Ach geil Man kann sich auch Sachen schön trinken Ja aber Feuer ist auf jeden Fall nicht das stärkste Dieses Spiel kannst du dir nicht schön trinken Klar Jetzt wird immer spannend 2 Sekunden noch Das ist einfach wie Deutschland beim Eurovision Song Contest Oh war das knapp ey Time ist ab Alter deutsche Style Fuck ey So krass Alter Alter wir regieren hier Alter ey 31, 32, 30 Wir sind einfach geboren zum Panzerfahren Absoluter Bullshit Absoluter Bullshit das Spiel Am wenigsten positiv Ähm Was ist das ein Über Wolf Team Absoluter Bullshit Absoluter Bullshit Das ganze Kram ist halt nur dazu drin Damit du Geld ausgeben kannst Ja Ja Also die Spielmechanik ist ja auch kaum vorhanden Das einzige was vorhanden ist Und das ist ein richtig geiler Shop Die haben mehr Kisten als du irgendwie Gameplay richtig hast Du kannst dich länger mit den Kisten beschäftigen Du kannst dich länger mit den Kisten beschäftigen Wie heißt denn immer das andere Das andere Panzerspiel Da äh Tank here online Oh Tank Was? Tank here online Ne das hier hieß doch World of Tanks World of Tanks Haben wir das schon mal in der Trashnight gespielt? World of Tanks haben wir schon mal in der Trashnight gespielt Okay Das hat ja auch tausendmal mehr rumgefangen als das hier Weiß ich gar nicht mehr Ich glaube kein Trash War Thunder haben wir auch gespielt Und World of Warships und zwischen Also das ist ja echt mega Ja Nö Weißt du das Ich kann mich noch an die Trashnight Das ist noch gar nicht so lange her Wo wir darüber diskutiert haben mit dem langweilig und so Da haben wir auch so ein Panzerspiel gespielt Da hast du wenigstens noch so Items und so ein Kram eingesammelt Ich spiel Also ich fand das hier ist aber Das fand ich jetzt trotzdem besser Das hier fandst du besser? Das ist das andere Achso Das ist das andere ja Ich bin so unfassbar gegangen weil das Kein absoluter Bullshit Wir bedanken uns Wir geben absoluter Bullshit Wir wünschen euch ein schönes Wochenende Lasst euch in den Kommentaren Schreibt mir in die Kommentare Ich weiß nicht was ich im Spiel geben Wir freuen uns auf diese Zeit Tschüss 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 Tschüss